Hi! Sicherlich hast du schon mal bemerkt, dass es Menschen gibt, die du gerne in deine Nähe lässt, während du andere lieber auf Distanz hältst. Wie genau dieses Spiel mit Nähe und Distanz funktioniert und wie du diese Distanzzonen für dich nutzen kannst, um das Gespräch zu lenken, erfährst du im Video. Los geht's! Du hast es sicherlich schon mal erlebt. Du stehst in einem Fahrstuhl und jetzt kommt eine Person nach der anderen herein und es wird immer voller und damit auch immer enger. Dann ist das für die meisten Menschen unangenehm und löst Stress aus. Etwas ähnliches passiert, wenn du zum Beispiel ein Wartezimmer betrittst. Wenn dort nur sehr wenige Plätze belegt sind, dann setzt du dich vermutlich auch nicht direkt neben eine Person, sondern schaust erstmal, dass du zu allen einen gewissen Abstand hältst. Erst dann, wenn es immer voller wird, werden diese Zwischenplätze gefüllt und es entsteht wieder eine Nähe, die von sehr vielen Menschen als negativ empfunden wird. Das liegt an den Distanzzonen. Schon 1963 hat der US-amerikanische Anthropologe Edward T. Hall diese entdeckt und vermessen. Ich habe zwar schon die verschiedensten Angaben dazu gelesen, wie groß die jeweiligen Zonen sind, letztlich waren sie aber alle sehr ähnlich. Jedoch unterscheiden sie sich deutlich in den einzelnen Kulturkreisen. Hier in diesem Video bei uns geht es jetzt um die westeuropäischen Durchschnittswerte. Hall unterteilt dabei in vier Zonen. Die erste, das ist die intime Zone. Das ist alles, was innerhalb eines Abstands von ca. 60 cm von uns, also um uns herum passiert. In diesem Bereich dürfen nur Menschen, denen wir vertrauen, also zum Beispiel der Partner, die Familie oder auch enge Freunde. In diesem Bereich, da kann dich dein Gegenüber sehr leicht berühren. Wir sind da also sehr verletzlich. Und genau deswegen sehen wir hier das Eindringen in diese intime Zone von fremden Menschen, beziehungsweise von Menschen, denen wir nicht vertrauen als Bedrohung an und fühlen uns auch unwohl. Manche reagieren darauf sogar mit Ablehnung. Andere werden aggressiv, um sich ihren Platz zu schaffen und sorgen damit für Sicherheit. Ab 60 cm bis etwa 120 cm definiert Hall die persönliche Distanz. Das ist also gut einer Armlänge Abstand von dir entfernt. Und in diese Zone lassen wir Personen bei einer Begrüßung oder bei einer Vorstellung kurz an uns heran. Ansonsten dürfen nur uns bekannte Menschen so nahe kommen. Von 1,20 bis zu 3,60 m geht dann die soziale Zone. In diesem Abstand führen wir für gewöhnlich Gespräche. Daneben ist es auch der klassische Abstand, den wir zu fremden Personen halten. Denn hier fühlen wir uns immer noch wohl. Im Umkreis von mehr als 3,60 m um uns herum ist die öffentliche Zone. Da sind wir dann eher nur Zuschauer, anstatt wirklich im Gespräch beteiligt zu sein. Wie kannst du diese Zone nun für dich nutzen? Und zwar, wenn du auf fremde Menschen zugehst, solltest du zunächst erstmal nur bis zur sozialen Zone herantreten. Also auf bis etwa 120 cm und nicht näher. Denn das wirkt auf die meisten Menschen sympathisch und du hast es leichter, die Person zu öffnen, als wenn du direkt ganz nah herangehst. Da kann die Person schnell dicht machen oder sich auch zurückziehen. Hinzu kommt, wenn du einer Person sehr nah bist und dabei auch noch direkt gegenüber stehst, dann wirkt das ebenfalls sehr bedrohlich. Diese Bedrohung kannst du ganz schnell auflösen, indem du dich einfach leicht zur Seite drehst. Du öffnest also diesen Raum zwischen dir und dieser Person und entspannst somit die gesamte Situation. In manchen Situationen kann es jedoch sehr sinnvoll sein, zumindest in die persönliche Distanz einzudringen. Ich gebe dir ein Beispiel. Du sprichst mit einer Person, ihr kennt euch schon etwas und unterhaltet euch. Und nun willst du die Person mit einem ganz bestimmten Verdacht einmal konfrontieren. Wenn du jetzt bei deiner Aussage etwas näher kommst, löst du bei deinem Gegenüber Stress aus. Und dieser Stress führt dazu, dass dein Gegenüber weniger Möglichkeiten hat, jetzt irgendwie auszuweichen. Das bedeutet, die körpersprachlichen Reaktionen werden jetzt in dieser künstlich geschaffenen Stresssituation wesentlich stärker sein als sonst. Denn es ist viel schwieriger, sich eine Ausrede auszudenken oder auch Körperreaktionen zu unterdrücken, wenn man gerade gestresst ist. Wichtig ist aber auch, dass du das nicht übertreiben solltest, denn in der Regel findest du mehr heraus, wenn es dir gelingt, Menschen zu öffnen. Aber in manchen Situationen kann dieses Spiel mit Nähe und Distanz wirklich sehr hilfreich sein. Ähnlich ist es auch mit Angriffen. Und dabei meine ich jetzt keine körperliche Gewalt, sondern verbale sowie nonverbale Angriffe. Das kann zum Beispiel ein fieser Spruch sein oder jemand redet auf dich ein und will dich damit irgendwie in die Enge treiben. Das wäre dann der verbale Angriff. Manche nehmen dann noch die Hände dazu und berühren dich dabei zum Beispiel am Arm. Oder sie machen sich, wenn jetzt beide zum Beispiel gerade an einem Tisch sitzt, sehr breit und wollen dann immer mehr Platz für sich einnehmen. Also ein Angriff nonverbaler Art wäre das. Dann hast du jetzt zwei Möglichkeiten, wie du mit Nähe und Distanz diese Situation auflösen kannst. Zum einen kannst du die Distanz verringern, indem du einfach auf dein Gegenüber zugehst und ihn damit ein Stück weit verunsicherst. Denn du signalisierst damit, das ist mein Bereich und den werde ich auch verteidigen. Oder, und das eignet sich besonders in der Situation, wenn ihr eben beide gerade am Tisch sitzt, du schiebst einfach Gegenstände in seine Richtung. Also zum Beispiel die Kaffeetasse, die gerade auf dem Tisch steht oder irgendetwas anderes, was da eben gerade sich auf diesem Tisch befindet. Und du markierst mit diesen Gegenständen, indem du sie zu ihm schiebst, deinen Bereich. Du bringst ihn also wieder aus deiner intimen Zone heraus. Die meisten Menschen rechnen nicht mit dieser Reaktion, sodass du es dadurch leichter hast, diesen Angriff abzuwehren. Probier es einfach aus. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Ganzen doch einen Daumen nach oben. Ansonsten abonniere diesen Kanal, damit du auch ja kein Video verpasst. Bis zum nächsten Mal.